Schau, wir haben noch zwei Perioden. Aber das wachst du jetzt... Nein! Können Arsch, möchtest du mal oben? Ich möchte jetzt sagen, das wachst du dir zurückgeben. Das tust du dir keinen Torten. Er hat ja lange gebildet wegen 12. Ja, klar, ist mir schon klar. Aber ich kann noch dich noch keinen halten. Dann würde ich... Ja, ja. Das wachst du dir gleich. Das gehen wir führen. Das wachst du dir in die Hellloden bringen. Ja, ja. Das wachst du hier schon oben. Seid ihr schnell verläuft, dann? Ja... Alle gehen wir nicht mehr. Wir denken wir nicht, gell? Heinrich ist gut. Das mal hat er einen Schlag gespielt. Schau. Das hat er einen Schlag gespielt. Schau, schau. Einmal hat er sich klein. Einmal hat er keinen gespielt. Einmal, weil er so schnell gespielt hat, hat er einen Schlag gespielt. Das hat er ja nicht können ausgespielt. Nein, nein. Nein, nein, nein. Ja, nein, nein. Was meinst du? Ich meinst du? Ja, wo ich auch nicht ausgespielt? Nein, nein. Nein, nein, nein. Ja, das ist wohl der König. Ich meinst du? Ja, das ist wohl der König. Ja, das ist wohl der König. Sie machen es richtig? Ja klar. Wir haben ja nichts. Was haben wir nicht? Ja, der liegt auch nicht. Ja, der liegt auch nicht. Das macht so ein Spiel aus, dann bleibt mir der König. Ja, dann mag ich es. Ich ne schöne Kerfte da. Ja, aber du magst es nicht. Du musst auch spielen, dass er weiß... Du bist ja nicht. Zwar blind, du magst auch spielen. Dass er weiß, was geht? Nein. Nein, nein, mag er nicht. Dann kannst du auch mal strecken, gell? Du könntest mich umheben, also ich kann spielen. Ja, aber hilft es nicht? Kannst du es nicht machen? Ja, nicht steig. Mit dem Kopf durch die Wand geht nicht. Nein, ich bin nicht vorne aus. Nein, ich werde es auch spielen jetzt.